Hallo FC Bayern Fans, begleitet mich auf meiner Reise zum Ballon d'Or. Schöne Grüße, eure Levy. Die Levy, die Levy, die Levy. Wir sind sehr zufrieden hier zu sein. Das ist immer etwas Neues, etwas Besonderes. Ich denke, wenn jemand von der FC Bayern München dabei ist, ist das immer eine schöne Sache. Das ist immer ein Rang. Manchmal gibt es auch Überraschungen. Manchmal kannst du das erklären. Manchmal nicht. Aber das ist immer dazu mit den Awards. Manchmal gibt es eine kleine Kirche. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und du? Du bist nicht mit ihnen? Ich werde sie weg. Alles klar? Ja, alles klar. Beide ich mit dem Fahrzeug. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.